Mittwoch, halber Ruhetag. Hier sind wir jetzt im Strömungskanal des T3. Noch ist das Wasser ruhig. Gleich bringen wir da richtig Bewegung rein. Ist schon nicht so leicht bei 1,45m. Wir tasten uns langsam voran. Mal schauen, was wir heute als Highscore bekommen. Das Publikum ist vollständig vertreten. 1,60m pro Sekunde. Jetzt wollen wir mal schauen, ob der Proband auch in der Lage ist, das zu schaffen. Wir sind alle gespannt. Los geht's! Hopp, hopp! Ich sage nur, Perspektivkader 2030. Man kann nie früh genug beginnen mit dem Training. Und los geht's! Ich sage jetzt! Ich sage jetzt! Schau für uns! Ja, geschafft! Jaaa! Das erste Mal im Kanal mit vier Jahren.